Musik Es war wirklich super. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Alle haben 100% gegeben. Das ist unglaublich. Ich hatte vor 10 Jahren schon ein Mannschaftszeitfahren gewonnen. Das ist wirklich verrückt. Es ist ein großer Tag für mich und mein Team. Ich muss es nochmal sagen, es ist unglaublich. Ich bin stolz, auf dieser Tour de France das Regenbogentrikot zu tragen. Und jetzt das gelbe Trikot zu erobern, ist wirklich ein sehr, sehr guter Start für mich.